Moin moin und hallo! Direkt nach der Sommerpause wartet Mystery Facts mit vielen neuen Hörberichten auf. Unter anderem wollen wir heute das Alphabet der Traumsymbole weiterführen. Als nächstes ist das D an der Reihe. Es erwarten euch heute ein paar düstere Erklärungen zu folgenden Begrifflichkeiten, die mit diesen Buchstaben anfangen. Viel mehr bleibt zum Einstieg nicht zu sagen. Nur noch eins. Viel Spaß beim Zuhören! Unter dem Buchstaben D befinden sich besonders viele bekannte und traumrelevante Orte und Zeiten. Auch diesmal haben wir versucht, in diesem Hörbericht die wichtigsten kurz und bündig für euch darzulegen. Fangen wir also am besten gleich an. Dachboden Auf diesen liegen im wahren Leben viele, fast schon vergessene Objekte aus der Vergangenheit. Im Traum hat diese eine ähnliche Bewandtnis. Hier können im Traum Ereignisse oder Dinge auftauchen, die auf verdrängte Ansprüche oder Erwartungen hindeuten. Oft kann im Traumbild die Stimmung an der Intensität der Lichtdurchflutung gedeutet werden. Es ist ein Ort, der im Traum auf verdrängte Geheimnisse oder Wünsche verweist. Diese haben so manches Mal auch eine sexuelle Aussagekraft. Was verbirgt sich auf deinem Dachboden? Donner Ein Traumbildzeichen der Eskalation. Wut, Zorn und andere aggressive Gefühle werden mit diesem assoziiert. Der Donner deutet auf den freien Lauf der Emotionen hin. Den Wunsch, eine zwischenmenschliche Situation nach seinem Willen zu unterwerfen. Das Bedürfnis, auszusprechen, was ausgesprochen werden muss. Auch kann dieses Traumbild auf bereits geschehene Situationen hindeuten, die man lieber hätte anders lösen wollen. In Erscheinung tretende Personen deuten hierbei auf die reale Bewandtnis hin. Wirken die Beteiligten verletzt, ebenfalls wütend oder sogar belustigt? Was fühlst du dabei? 3 Die Zahl 3 steht für Spannung, Bewegung und Rhythmus. Sie symbolisiert in vielen Träumen die Vollständigkeit und Richtigkeit von Gegebenheiten. Die 3 ist wesentlicher Bestandteil der Geschichte der Menschheit. Sie stellt sich als Norm dar. Alle guten Dinge sind 3, ist beispielsweise ein bekanntes Sprichwort. Oder auch unterstreichende Wörter wie Dreieinigkeit. Wird als heilige Zahl betrachtet. Die Zahl taucht gerade dann im Traum auf, wenn sie in Verbindung mit der Zeit steht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gemeinhin steht sie für Männlichkeit. In der Traumwelt stellt sie somit die Ganzheit von Dingen dar. Kann aber auch in diesem Zusammenhang eine männliche Person symbolisieren. Fehlt deiner Meinung nach ein Element, um die 3 zu erlangen? Oder taucht die Zahl des Öfterem im Traum auf? Ist es ein gutes oder schlechtes Gefühl, wenn man sie näher betrachtet? Dunkelheit Ein Raum oder Areal, was in Finsternis liegt, ist undurchschaubar. Dunkelheit deutet im Traum auf etwas Unsichtbares hin. Wie so oft spielt hier die empfundene Emotion eine Rolle? Erweckt dieser undurchsichtige Bereich eine bedrohliche Stimmung oder Neugier? Die Dunkelheit und der Verdacht, was sich in dieser befindet, deutet auf Unvermögen, Verständnislosigkeit, das Unbewusste hin. Angst vor Alter und Tod. Persönliche Fragen an die Entwicklung der Zukunft. Trennungsängste in Bezug auf enge Freunde, Lebenspartner und Verwandte. Der Wandel der Zeit. Man empfindet Unbehagen, was sich im Dunkeln befindet. Man möchte ein Licht erzeugen, um diesen entgegenzutreten. Symbolisch betrachtet bedeutet dies Zuversicht und Akzeptanz. Dschungel Weist oft auf eine Zwangslage hin. Erschwertes Vorankommen durch Vegetation und das Gefühl der Orientierungslosigkeit. Auch ist es wichtig, die Hintergründe zu erkennen. Flieht man vor etwas oder hat man sich verlaufen? Der Dschungel verweist auf emotionale Verwirrung. Die Beziehung bzw. die Emotionen zu dem Gegenüber sind nicht einzuordnen. Dieser Zustand fühlt sich bedrohlich an. Im weiteren Verlauf könnte es auch auf die Zweifel hindeuten, ob man bei der Person gut aufgehoben ist oder finanziell unabhängig von dieser zu sein.